Eine Freundin von mir hat vor vielleicht einem Jahr schon erzählt, dass sie bei einem Seminar war und sie hat eine sehr dicke Brille gehabt bzw. Kontaktlinsen und konnte das nach einer Woche um zwei Dioptrien reduziert und dass sie das mithilfe der Übung, ich weiß, sie ist auch fleißig, dass sie das bis jetzt halten konnte. Und ich habe gesagt, super, ich mache das auch irgendwann und jetzt ist es soweit. Ich habe gemerkt, meine Augen sind immer schlechter. Ich trage eine Lesebrille und ich merke, ich will grundsätzlich aufräumen, Inspirationen holen. Und dafür war es das richtige Seminar. Also das war eine wunderschöne Erfahrung bei Carina. Es war sehr sanft. Wir haben sehr viele Übungen gemacht und da ist bei mir auch viel in Bewegung gekommen. Das heißt, ich konnte gleich viel mehr Freude spüren und mit einer Einfachheit diese Übung verinnerlichen. Es sieht erst mal sehr kompliziert aus, sehr viele Übungen. Und jetzt nach fünf Tagen weiß ich, ich kann das machen. Das fällt mir leicht, 40 Tage lang diese Übungen zu machen. Und es geht gar nicht so sehr um die Augen oder insgesamt, sondern einfach, um wieder so eine Leichtigkeit zu finden, im Balance zu kommen. Und das spüre ich jetzt schon. Das ist ein guter Anfang. Es war teilweise sehr berührend und auch sehr viel Lachen und sehr aktiv und inspirierend. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020